Hallo und Willkommen zu Jack by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Ritter. Ich spiele mit den Pyrks Ausbruch, Ruf der See, keine Versteckmöglichkeit und Geisterhaken Schmerzens Echo. Ich habe außerdem zwei Addons mit. Ein Addon hat den Effekt, dass immer wenn ich zum vierten Mal eine Wache beschwöre, dann... Oh, hallo. Ist das ein Sprintboost? Ja, das ist ein Sprintboost. Ich dachte mir schon, hä, warum rennt die nicht weg? Okay, dann die Wache hin. Immer wenn ich zum vierten Mal eine Wache beschwöre, entdeckst du sie? Entdeckst du sie? Ja, du entdeckst sie, super. Dann sind alle Überlebenden im Umkreis von zwölf Metern um diese Wache für acht Sekunden gefährdet. Habe ich dich? Okay, die wurde jetzt hier einfach nur an die Ecke kriechen, weil sie keine Chance hat, irgendwo anders hinzukommen. Ja, daher muss ich mir auch den nächsten, nächstbesten Haken hier nehmen und können sie nicht an irgendeinen schönen Geisterhaken bringen, so wie es mein Plan war. Hopp. Okay, aber immerhin haben wir die erste Down und wir haben zum ersten Mal den... Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, eigentlich wollte ich selber dagegen treten. Okay, naja, schade. Ich wollte wirklich eigentlich gar nicht... Naja, egal, passiert. Man tönt mal die Taste auf, wenn man es nicht möchte. Ja, ich dachte es mir. Hallo, Vittorio? Okay. Habe ich dich? Keine Ahnung, was sein Plan war. Okay, genau. Also irgendwann, wenn ich zum vierten Mal eine Wache beschwöre, dann... Beziehungsweise nein, wenn ich... Die vierte Wache, die ich beschwöre, die sorgt dafür, dass alle Überlebenden im Umkreis von zwölf Metern um sie herum für acht Sekunden gefährdet sind. Ich habe die Runde mit dem Scharfrichter begonnen. Wenn ich den halt wieder beschwöre, dann habe ich da auch den Effekt. Gut. Frech. Au, das hat halt weh. Ja, danke. So, ich sehe niemanden. Dort hinten. Nein? Okay. Ich hätte gedacht, dass die Person hier am Schneemann wartet und mir zuschauen möchte, wie ich nichts mehr sehen kann. Okay, das zerstöre ich kurz. Dann gehe ich nach dort. Ja, dort wird weiter repariert. Ich habe das jetzt extra so geplant, um jetzt die vierte Wache zu haben. Also den Scharfrichter wieder. Und wenn ich den jetzt beschwöre, ist die Nia gefährdet. Und damit ein One-Hit. Boah, wo bist du? Ich konnte nicht... Ich habe die ganze Zeit Rechtsklick gedrückt. Ich konnte aber nicht machen. Oh, das ist voll schief gegangen. Ja, schade. Bin ich blind? Ich bin anscheinend sehr blind. Hä? Hier sind dann... Okay, keine Ahnung, wie die Nia das angestellt hat. Okay, gut. Das mit dem Scharfrichter hat überhaupt nicht geklappt. So wie ich mir das gewünscht hatte. Ich muss mir das jetzt bei der nächsten Wache merken. Das ist gerade wieder der Meuschler. Das heißt, wenn wieder der Meuschler kommt... Oh, ja, das war dein Springboost, ne? Perfekt. Die Gents gehen zurück. Du kommst mit. Okay, also wenn wieder der Meuschler kommt, ne? Dann müsste ich theoretisch auch wieder einen One-Hit austeilen können. Ich finde, es ist echt schwierig, das gut einzusetzen. Hallo. So, ich drehe entgegen. Und da kommt auch schon die Rettung. Einmal. Wunderbar. Okay. Hab ich dich. Du kommst mit. Okay, nächster Gen durch. Der dort hinten. Aber ich komme immerhin jetzt an hier den Geisterhaken. Vittorio wird wahrscheinlich dort unten an dem sitzen. Helf. Ja, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. So, der ist zurückgesetzt. Wunderbar. Ja, ich kann hier keine Generatoren finden, die besonders nah beieinander sind. Der ist auf Null hier. Das zerstöre ich kurz. So. Dort hinten. Habe ich zumindest eine Person gesehen? Dort. Habe ich dich gesehen, Vittorio? Okay. Damit musst du von da zumindest schon mal weglaufen. Rein in die Wache. Rein in die Wache. Nein. Einmal. Jetzt rein in die Wache. Nein. Okay, jetzt wird wieder der Meuchler dran. Das heißt, wenn ich mich nicht verzählt habe, müsste der Meuchler jetzt auch wieder für den One-Hit sorgen. Schade. Okay. Habe ich dich. So. Ne, das ist doch, das ist der Meuchler. Hier ist niemand. Oh, ich hatte doch vorhin hier die Claudette gesehen, oder? Ich dachte, ich bin jetzt voll clever und platziere direkt den Meuchler hier und gefährde damit alle. Haben die... Ja, die haben dort Haken entschärft. Hepp. Zum Glück wollte ich mich zu dem Haken. Okay, das heißt, jetzt müsste es wieder der Kerkermeister sein. Aber ich vertue mich die ganze Zeit. Es ist halt wirklich schwierig, innerhalb der Runde genau zu beobachten, wann welcher Charakter dann kommt. Das ist auch schwierig, wenn man einfach nicht die Kraft loslassen kann. Schnell genug. So wie es eigentlich sein sollte. Die Palette steht auch nicht mehr. Jipp. Einmal. Du rennst wieder nach da, okay. Wo ist halt fies, dass das der Kerkermeister ist. Der patrouilliert dort sehr schön lang. Schnell und leise. Und tanz mit mir. So. Habe ich dich. Okay. Komm mit. Bisher, ja, ich dachte mir, hey komm, ich probiere mal dieses rote Erdorn. Aber bisher hat mir das nicht einen Kill geschenkt. Also, schade, aber, hm, naja. Hä? Ich dachte halt, hey cool, ich... Aber vielleicht kommt das ja noch. Ich meine, ja, es ist ein mächtiges Erdorn. Aber es sind halt sehr viele Konditionen, die man dafür erfüllen muss. So, einmal. Okay. Also theoretisch, wenn wieder der Kerkermeister kommt, dann könnte ich dann auch wieder Leute one-hitten. So, Jeff. Okay. Ich hatte die Hoffnung, dass ich ihn da irgendwie ein bisschen veräppeln kann. Hallo? Hart am Nehmen, genau. Ich dachte es mir schon, dass der jetzt hart am Nehmen zünden wird. So, wo bist du? Dort. Perfekt. Komm mit. Das passiert häufig, wenn du den Schlag bekommst, äh, bekommen würdest, dann rechne mit deinem hart am Nehmen. Okay, erster Haken für dich erst. Okay. So, gegen getreten und keine Versteckmöglichkeit. So, das habe ich extra gemacht, um als nächstes den Kerkermeister zu bekommen. So, meine Kraft lädt sich auch langsam wieder auf. Ist die weitergelaufen? Ne, die ist da noch. Ich zerstöre hier. Die haben hier aber auch noch ihren Segen, wenn mich nicht alles täuscht. Die haben hier ihren Segen. Wahrscheinlich hat die Schatten schritten und ist schon lange weg. Ich habe es halt einfach nicht gesehen. Also, keine Ahnung, ob sie es wirklich haben, aber ist ja eine Option. So, hallo, Jeff. Okay, mal schauen, ob wir sie jetzt vielleicht hinbekommen. Der mag das, dieses Gelände hier, ne? Okay, Jeff, du müsstest jetzt gefährdet sein. Perfekt war er. Und damit ein One-Hit. Das hat also jetzt geklappt. Okay. Gut, das heißt, als nächstes ist es wieder der, wie heißt er, der Scharfrichter. Also der kräftige. Okay, eigentlich, hm, man kann es sich schon merken. Es ist immer der Charakter, mit dem, also, beziehungsweise die Runde beginnt und da habe ich den Scharfrichter ausgerüstet. Das heißt, dreimal durch, ne? Dann kommt Meuchler, dann kommt Kerkermeister und dann ist wieder der vierte, der Scharfrichter. So, also ist immer eigentlich die Rotation. Und danach geht es ja wieder los. Man hat als nächstes dann den Meuchler nach dem Scharfrichter. Und dann geht wieder die Rotation durch. Eins, zwei, drei. Und dann ist wieder, zack, vierter, der Meuchler. Okay. Okay. Das heißt, jetzt, ja, es ist wieder, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber... Einmal. Wo? Und wie schnell? Nia, Mensch. Vor allem ist auch fies, ne? Die ganzen Generatoren sind alle schön betreten. Niemand gerade dran. Okay. Die Palette steht auch nicht mehr. Stimmt. Hast du ja gar nicht. Ausbruch setzt alles zurück. Und wir haben Nia. Okay. Kein Geißerhaken in der Nähe. So. Das platziere ich mal durch kurz. Ich sieh, die Person ist schon runter. Schade. Schon wieder, ne? Wie oft passiert mir das jetzt? Aber Sprengfalle wirklich. Wenn alle gegen Generatoren treten wollen, alle Killer, und das so gerade die stärksten Perks sind, Sprengfalle schön mitnehmen, dann kann man immer mal zwischendurch lachen. Sprengboost. Und zack. Okay. Also das Erdorn hat mir zumindest einmal was gebracht. Nämlich den Jeff vorhin. Aber, ja, mal schauen, ob ich vielleicht nochmal Nutzen rausziehen kann. So, das hab ich dorthin gesetzt. Du bist schon lange raus. Nee, was? Ich wollt schon sagen, hä? Okay. Richtig. Und du kommst mit. Ja. Dem Gen dachte ich mir schon. Weil ich vorher nicht gegengetreten hatte. Aber ich dachte mir, komm, ich will jetzt nicht immer gegen die Gents treten, sondern dem vielleicht auch mal eine Möglichkeit geben, einen zu reparieren. Wenn man immer wieder gegen die Gents tritt, ist halt echt schwierig, das ja gerade auch so die Meta, die dann auch zu reparieren. Aber ich meine, als Killer auf Killerseite musst du halt auch deine Perks einsetzen, ne? Aber ich dachte mir, komm, ich geh jetzt hier auf die Jagd direkt. Sehe ich jemanden? Ja, dort unten. Das ist halt das schöne Ruf. Der See sorgt nicht nur dafür, dass der Generator schneller zurückgeht, sondern halt auch dafür, dass man mehr Infos bekommt. Und siehst du, ich habe übrigens, das habe ich gar nicht erklärt, ich habe auch noch ein zweites anderen mit. Das hat den Effekt, wenn die Überlebenden einer Wache entkommen. Doch, das habe ich schon erklärt. Ich erkläre es einfach nochmal. Wenn die Überlebenden einer Wache entkommen, dann sind sie für 15 Sekunden erschöpft und verlangsamt. Heißt, man kann dann ganz gut aufschießen. Okay, warum kracht es dort? Keine Ahnung. Na, Wache, komm. Ne. Der hat den langen Weg genommen. Okay, jetzt, ach, jetzt habe ich wieder den Scharfrichter. Das heißt, jetzt könnte ich wieder einen One-Hit austeilen, wenn wir es hinbekommen. Mal schauen. So, der Jeff, der spielt gerade, wirklich. Oh, sehr schöner Antäuscher. Er ist einfach weiter. Sehr gut gemacht. Der Jeff, der spielt gerade der Nia so viel Zeit raus. Wenn die Nia dort oben ist, die wird sich freuen. Dann würde ich den Jen gleich durchhaben. Und wenn er Adrenalin hat, perfekt. Ja, ja, ich weiß, das hast du vorhin schon gemacht. Ich habe aber auch nur angetäuscht. Hallo. So, du bist tot. Und kommst du hier in den Haken. Hepp. Keine Opfergabe für die Falltür. Hat es geschrien? Ne, oder? Wir schauen trotzdem mal kurz hin. Ja, es hatte geschrien. So, hallo, Nia. Okay. Schnell und leise und flink. So, Nia, du bist ein One-Hit. Aber nur für 8 Sekunden. Aber das reicht. Okay. Ich habe jetzt extra... Ich wollte jetzt sie unbedingt mit dem One-Hit treffen. Schön, dass das geklappt hat. Und Tap. Sehr gut. Deshalb habe ich sie halt vorher nicht geschlagen. Ich dachte mir, komm, du holst sie jetzt zum Schluss nochmal den One-Hit. Okay, zweimal hat es mir was gebracht. Ich glaube, ich musste auch erstmal reinkommen überhaupt in das Iron. Ich glaube, wenn man das halbwegs drauf hat und daran gewöhnt ist, dann könnte das ziemlich cool sein. Man muss halt immer gucken, wo setzt man dann auch die Wache ein. Weil man muss ja auch innerhalb von 8 Sekunden an den Überlebenden rankommen, um sich den Hit zu holen. Was halt auch nicht unbedingt so einfach immer ist. So, okay. Good Game. Okay. Warum bin ich useless? Asless? Keine Ahnung. Also, useless heißt ja nutzlos, aber Asless? Wahrscheinlich ein Tippfehler. Na, wer weiß. Okay, gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Probiert gerne mal das Iron-Hit. Das ist eigentlich ganz lustig hier, dieser Ritter-Vertrag. Immer wenn ich zum vierten Mal eine Wache beschwöre. Und man merkt es einfach, okay, du startest mit dem Scharfrichter. Also, wenn der Scharfrichter wiederkommt, zack. Ist der One-Hit da. Und dann als nächstes Meuchler. Und dann als nächstes Kerkermeister. Dann wieder Scharfrichter. Wenn man das nicht so halbwegs merkt, ist das echt ganz cool einzusetzen. Na gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst Fragen, Ketteg und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.